Dann kam die Einladung zur ersten öffentlichen, kommerziell öffentlichen Ausstellung im November 1965 in die kleine Galerie vom Alfred Schmähler auf der Hunsrückstraße in der Düsseldorfer Altstadt. Und wir wollten in die Ausstellung reingehen, die Tür war zu, rammeldicht zu. Aber man konnte durch das Schaufenster von der Straße eben die ganze Galerie sehen. Die Galerie war ja nur nicht viel größer als zwei oder drei Toiletten. Also eine winzige Galerie. Und man konnte die ganze Galerie sehen. Und zu unserem großen Überstaunen sah man zwar rechts und links ein paar Objekte, aber was man wirklich sah, war vorne links neben dem Schaufenster, natürlich drinnen, einen Mann mit Gold, völlig mit Blattgold Honig aufs Gesicht geschmiert erst und dann auf den Honig Blattgold, alles Blattgold, das ganze Gesicht war Honig und Blattgold zugekleistert und erklärt seinem Hasen, den er im Arm hielt, wenn er sich über irgendeinen Tierhändler geholt hat oder beim Geflügelhändler, die Ausstellung. Und dann sah man ihn ab und zu, er redete mit dem und dann hörte man ihn aber nicht, dann ging er dann ab und zu in die Galerie und nahm sich das Pfötchen von den toten Hasen und stippte die Exponate an. Und das hat mindestens eine Stunde gedauert. Wir standen, ich bin dann weggegangen, hab einen Kölsch getrunken und einen Alt getrunken, um dann wiederzukommen. Der Hase und dann die Bienen, Organismus und Organisation. Schöpfung und Schöpferkraft. Natur und Technik werden an diesem Ort in einem Kreislauf miteinander verknüpft. Das geschlossene System widerspricht allerdings deutlich dem von Beuys propagierten erweiterten Kunstbegriff, der ja ausdrücklich die Offenheit betont. Der Widerspruch löst sich, indem Beuys der Honigpumpe, den geistigen Arbeitsplatz der Freien Internationalen Universität, als Umschlagplatz für Ideen jeder Art, angliedert. Die Honigpumpe ist ja zweierlei. Erst einmal ist hier das physische Signal für die eigentliche Honigpumpe, die hinter dem Loch ist. Hinter dem Loch arbeitet die Freien Internationalen Universität als einem Arbeitskollektiv permanent 100 Tage, als 100-Tage-Aktion an allen möglichen Fragen der Gesellschaft. Bienenstaat ist natürlich auch etwas, was das Lebensprinzip zeigt. Die Bienen zeigen ja eine bestimmte Form des Lebens, die sich selbst organisiert und quasi sich immer wieder erneuert oder reproduziert. Also das ist ja auch als eine Form des Lebensprozesses gesehen und eben das hat ja auch schon da eine Verbindung zu Steiner gefunden und hat für ihn auch eine Form des Darstellungsprozesses immer wieder in seinem Werk berührt, dass er also eben wie Bienen dargestellt hat, Bienenkönigin, das Thema der Bienen und des Wachses. Josef Beuys war dabei, als die ersten Tonnen Wachs und Fett in den Keil flossen. Mehrere Stunden rührte er geduldig. Die Szene wurde zum Happening. Das Fett war ja gerade das ideale Material, mit dem man die Zustände von chaotischer Kondition, von bewegungsmäßigem und Formprinzip zeigen konnte. Das Formprinzip tritt auf als Fettecke im Raumkontext. Das ist also die Endform von dem ganzen Umgehen mit diesem anfälligen Material, könnte man sagen. Also da hat man in dem Fett eine ideale Möglichkeit, mit einem so anfälligen Material, die Bestandteile der Plastik zu zeigen in der Aktion. Ein merkwürdiges Monument. Ein Kanonenrohr, darum gruppiert, vier eiserne Mörser. Eine Straßenbahnhaltestelle in Klebe. Als Volksschüler wartet Beuys hier oft auf die Tram. Das war eine Straßenbahnhaltestelle, die eigentlich heute in zwei unterschiedlichen Bereichen Berühmtheit erlangt hat. Einmal, weil Beuys diese Straßenbahnhaltestelle als Skulptur im klassischen Sinne, als Jugenderlebnis weltberühmt gemacht hat. Andererseits, weil es die Gartenforschung gelungen ist, dieses Kunstwerk, was da ganz unbekannt stand, zu deuten und als einmaliges, singuläres Werk des 17. Jahrhunderts zu interpretieren. Er ist an dieser Stelle sehr oft vorbeigekommen. Die Älteren wohnten damals in der Klever Unterstadt. Er besuchte die Schule und aß zum Mittag bei seinem Onkel in Hau. Die Entfernung war zu weit und hat eine der beiden Straßenlinien, die durch Kleve gingen, benutzt. Und das muss ihn als Kind, als Jugendliche so getroffen haben, dass er, wie er es damals formuliert hat, immer das Bild bei sich getragen hat. Er wollte immer aus dieser Jugenderfahrung etwas machen. Und das ist wohl die einschneidendste Jugenderfahrung aus Kleven gewesen. Die flache, weite Landschaft des Niederrheins, deren Mythen und Legenden, das alles bewegt, Beuys Innenleben. Und dazu die Lektüre. Der junge Beuys ist ein fleißiger, umfassend interessierter Leser. Er beschäftigt sich mit Nietzsche, besucht sogar das Nietzsche-Archiv in Weimar. Die unauflösbare Einheit von Kunst und Leben, wie sie Nietzsche verlangt, ist ein Gedanke, der sich ihm tief einprägt. Überhaupt, die Universalität, das Ganzheitliche. Auch von Goethe ist er angezogen, dem ersten deutschen Enzyklopädisten. Die französische Revolution und die Enzyklopädisten. Die revolutionäre Vorstellung, dass der Mensch sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Er wirkte ja, wenn man ihn zuerst kennenlernte, wie ein, hat mal jemand gesagt, strahlender Naturbursche. Das war aber auch eben eine Seite. Und wenn man ihn dann kennenlernte, konnte man nur immer wieder verblüfft sein über die unglaubliche Intelligenz und über all das Wissen, was er hatte. Er wusste einfach alles. Er wusste über die Botanik, er wusste jedes Unkräutchen mit lateinischem Namen. Er konnte ihnen über Medizin erzählen, was man im Mittelalter mit dem Pflänzchen gemacht hat. Er wusste über Physik Bescheid. Er wusste natürlich über die Kunst Bescheid. Er konnte Dante italienisch zitieren. Es war einfach, man kam aus dem Staunen nicht heraus. Es war wohl so, dass er einfach ein unglaubliches Gedächtnis hatte. Und was er je gehört und gelesen hatte und jeden Namen, den er je gehörte, den hat er einfach behalten. Und dadurch kam das, was aber dann noch besonders wichtig war, fand ich, dass er all diese Dinge in einer Zusammenschau sah. Er sah die Verbindungen, die Hintergründe zwischen eben all diesen einzelnen Spachten.